Der Austausch hat mir super gefallen und die Redner waren auch echt super spannend. Ich bin das erste Mal hier und ich bin hellauf begeistert. Und sich auch einfach zu connecten, mal zu schauen, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ja. Alles war dabei, von Geldpolitik bis Nachhaltigkeit, Klimawandel. Das sind Persönlichkeiten, die hört man nicht jeden Tag, hat auch nicht die Möglichkeit, denen Fragen zu stellen. Ich finde, das ist einfach eine Chance, die man nutzen muss. Ich finde, das ist einfach eine Chance.